Hallo meine Lieben, eine Kurzbotschaft jetzt hier für Dich. Gibt es ein weiteres Treffen mit Deinem Herzensmensch? Was wollen Dir hier die Karten sagen? Gibt es ein weiteres Treffen hier mit Deinem Herzensmensch? Ich frage das Lennemann von Under the Roses, von Kentra Hürtau und Katrin Hill. Gibt es ein weiteres Treffen mit Deinem Wunschpartner? Gibt es ein weiteres Treffen hier statt? Also bei Dir gab es hier ein paar Täuschungen oder Enttäuschungen mit Deinem Wunschpartner. Aber das wird in die positiven Veränderungen kommen. Hier wird auch eine Ernte stattfinden. Also das Ende von diesen Täuschungen ist hier in Sicht und positive Veränderungen kommen hier in Dein Leben. Es wird eine Transformation stattfinden, die Dich hier zu mehr Klarheit bringt mit Deinem Wunschpartner. Wird es hier zu einem weiteren Treffen demnächst kommen mit Deinem Wunschpartner? Was sagen die Karten? Wow, also hier ist das Kind gefallen und das kommt hier in einen Neuanfang, ja? Und hier ist das Zuhause gefallen. Es kommt erst mal zu einem Neuanfang in Deinem Zuhause. Und Du bekommst hier eine Nachricht von Deinem Wunschpartner. Das wird Dich hier demnächst erwarten, eine Nachricht, ja? Und darum geht es dann um Entscheidungen und das kommt ins Glück. Hier können noch einmal die Wolken aufziehen. Ja, aber das kommt alles hier in die Heilung und der Reiter macht sich hier nach vorne auf den Weg. Ein paar Mäuse können hier noch nagen an dieser Verbindung. Aber hier erwartet Dich auf jeden Fall eine Nachricht, die in Dein Zuhause kommt von Deinem Wunschpartner. Und dann wird sich zeigen, ob hier ein Treffen stattfinden wird. Ist hier jetzt noch was zu sagen mit dem Venomor, was dieses Treffen beinhaltet? Ich habe gerade noch gesehen und da bist Du auch noch drinne gefallen, ja? Also Du bekommst hier eine Nachricht von Deinem Wunschpartner. Eine Nachricht zum Abschluss. Wow! Und eine Einladung. Also Du wirst auf jeden Fall hier von Deinem Wunschpartner demnächst eine Einladung erhalten. Also ich wiederhole noch einmal kurz, hier gab es Täuschungen, Enttäuschungen, aber die sollen hier ein Ende finden. Es kommen positive Veränderungen mit den Storch hier ja rein. Das wird auch hier beendet, diese Täuschungen und Enttäuschungen. Es kommt hier in die Klarheit, in den Neuanfang. Du kannst hier von Deinem Wunschpartner in Deinem Zuhause eine Nachricht erhalten. Also er möchte Dir etwas sagen, etwas übermitteln und eine Einladung kommt auf Dich zu. Ja, ihr Lieben, ich wünsche Euch hiermit einen ganz, ganz tollen Tag. Also hier wird ein weiteres Treffen stattfinden. Ciao! Ciao! Vielen Dank.